hey yo leute was und natürlich ein weiteres video für euch heute bin ich mal wirklich alleine also kein socker ist dabei weil einfach aus prinzipiums und ja heute ich bin mir die andere map von star wars battlefront die beta läuft ist am dienstag schon zu ende und ja heute wird das letzte beta video kommen also es gibt insgesamt zwei maps einmal die map die ihr jetzt gesehen habt dann also heute oder gestern oder was weiß ich da wo ich hochgeladen habe und auf jeden fall das ist es gibt nur zwei maps was ich eher schade finde weil okay was heißt schade ich kann bei beta nicht bemängeln außer außer ihr habt ja gesehen beim letzten video ich habe mit einem einfach geschossen ihn getroffen auch sogar replay kannst du noch mal in zeitlupe dann sehen schaut euch das wieder einfach an ich werde euch jetzt kurz hier mit dem bild verlinken oder in der beschreibung könnt ihr euch doch auch ich dann später nach nach diesem video natürlich anschauen ja das ist halt aber das ist nur so kleine fehler was ich kann echt nichts bemängeln später außerhalb ist manchmal die ich kann nicht gar nichts bemängeln die sagen what the fuck naja und jetzt die letzte runde war ich jetzt richtig gut da warte ich eine karte von 32 7 oder 32 38 glaube ich könnte euch noch kurz hier schnell das screenshot verlinkt einblenden und ja und ich habe auch die meisten kids was ich cool fand ich finde ich dann so richtig farber ist gescheit oh mein gott mein gott und ja ich höre mir auch in letzter zeit das ist voll krass vielleicht kennt die ein oder anderen hier von euch also ich höre ich höre nur noch sein album halt das ist so ein mixtape ja oh mein gott genau da wenn ich komme ja ich hab noch ein bisschen glück war das soll hier wenn das kann das im tabi stellen das macht also meine nase so wie nicht bescheid aber ja ich bin auch nur ein mensch alles klar ist klar dicker ist klar ich bin zocker da kann man es ist da das ist man hat man da hier und da mal aus das ist standard und ja ich wird noch mal ein mein oh mein gott nein nein will in the guys are really really good ich habe einfach voll vergessen dass seine zeit ist ähm ähm ich würde sagen ähm fuck i have it vergessen shit ne egal dann warst du nicht so big fail einfach big big epic fail alter schau und das schild öffnet sich automatisch und irgendwann kannst du kein shit mehr benutzen nicht wahr nicht wahr das ist nicht wahr so und nicht mal mal wahr gesagt ha aber ja auch es nimmt so weiter also ich muss sagen ich habe die beta wirklich durchgesucht ich habe jetzt alles was es gibt die granaten dieses schnäppchen oder so dann was habe ich noch ich habe alle waffen die elf die a irgendwas die hier und dann doch mal diese kleine handfeuerwaffe da also diese hersteller hat ja also ich habe wirklich alles die beta ich werde jetzt ich und trotzdem müssen jetzt erstmal ein monat warten kann nicht nur wir müssen alle ich meine allgemein alle battlefield spieler schon mal plus noch mehr also nicht bescheid dass ich meine müssen einfach mal vor lange noch warten bis der battlefront rauskommt ich komme damit ich kann das leben nicht klar ich komme einfach nicht klar weil die beta ist so geil muss ich echt sagen und ja der tier und das war schon bald zu ende um ein komm halt von 22 eine von hinten ja die bitte dann noch so über klasse also ich würde euch lassen sie euch wirklich noch unter ihr habt nur noch zwei tage also heute ist sonntag morgen ist montag und übermorgen ist dienstag natürlich also logischerweise deswegen wollte ich so schnell es geht so schnell ihr noch könnt ihr habt nicht mehr lange zeit full story alter wurde gerade nicht gemessert das ist gerade nicht wahr man fühlt sich immer so keine ahnung entwürdigt wenn man gemessert wird das ist voll krass ich habe keinen jetpack mehr dieser moment alter wenn jetpack leer geht ich wollte ja man hätte das gott rausgefahren sorry for that moment for that fail und oh mein gott jungs ich habe drei tagen ohne steht hat von drei tagen hatte ich noch 78 jetzt sind wir schon 84 ich komme auf mein leben nicht klar kann ich bin einfach nicht klar das ist so übel ich ich liebe es einfach ich meine macht youtube so viel spaß das schneiden macht mir sogar spaß ich sage immer ich sage nicht welche spielen jetzt werden wir heute jetzt auch so aus jetzt beta weil beta ist begrenzt aber wenn ich sage jetzt zocker welches spielen wollen wir jetzt kein gta hartland oder 4 und er so ja keine ahnung entscheidet du oder manchmal entscheidet ja auch keine ahnung auch also dann sage ich ja ich habe irgendwie bock battlefield 4 zu schneiden zu schneiden nicht nicht zum letzten schneiden auch zum letzten aber wenn wir schneiden ist das auto von dem ganzen zeug hier was sehe ich hier von mir was ihr was ich hier von mir gebe schluss teuer ach fuck weil mich das noch korrekt wäre denn bettchen zu und hart sein kann man ja mit defi wiedergelegen ich werde hier auch voll nah ist eigentlich obwohl ja man es ist ja schon dass das geile ist ich weiß schon dass man nicht unbedingt nachladen muss einfach nie wieder letztlich nachladen einfach das war gerade mein handy ja oh mein gott nein ok ich bin gefährdet ja oh mein mother king gott ich habe aber nicht die meisten kids leider vielleicht habe ich noch drei kids vielleicht habe ich noch vier kids jungs also drückt mir die daumen in diesen 40 sekunden 5 6 5 1 1 9 10 10 12 12 12 12 Es ist egal, wie viele Kills man hat, ich werde ja dann nur da vorne geehrt. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist gerade überhaupt nicht passiert, das ist überhaupt, das ist nicht passiert gerade. Wie geht es weiter? Ach so, oh. Ey, ich dachte gerade, oh mein Gott, bin ich behindert. Stimmt. Oh, da war eine, ich fick deine Muttergranate, Alter. Jungs, dann würde ich mal sagen, das war ein schönes Let's Play, auch wenn meine Karte nicht so ist, wie die normalerweise ist. Also jetzt ehrlich gesagt, bei Let's Play ist es immer so, weil du redest und dann verkackst du normal. Jungs, das war es mit meinem Video, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, des liked das Video, wenn es euch nicht gefallen hat. Ihr wisst Bescheid, ich mag Bewertungen, schreibt in die Kommentare, ich liebe es, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Und ja, schreibt irgendwelche, was soll ich noch, Let's Play, schreibt irgendwelche Spiele jetzt rein, weil es kommen jetzt voll viele Spiele raus. Ich sage euch schon mal im Voraus, Black Ops 3 ist schon vorbestellt, Battlefront ist auch schon vorbestellt, ihr wisst Bescheid. Und ja, was könnte ich noch machen, ich habe eigentlich schon genug vorbestellt, ich kann es nicht sehen, ich habe, I'm broke, I'm broke to cough, ich habe, ich muss auch sagen, ich habe kein Mauspad mehr. Und dann benutze ich mein Geschichte-Heft, dann sage ich immer, ich sage immer zu meiner Schwester, I'm to broke to cough a Mauspad. Also Jungs, dann liked, kommentiert, was auch immer, teilt dieses Video, wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert fleißig, dann seht ihr die nächste Standmontage. Bei 100 Abonnenten ist es bald soweit, ich kann es gar nicht mehr abwarten und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.